Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Galgenberg. So holen wir uns mal schnell wieder das Gerätsche und machen wieder ein bisschen Silage. All dieweil haben wir jetzt in Folge schön gemäht unsere Grünlandflächen und da bringen wir mal das Sollt dann schön. Hörst du jetzt eigentlich so? Also wo ich losgelassen habe, ist er irgendwoher. Ich bin hier so empfindlich auf einmal. Das ist doch den anderen Dingen auch nicht so. Der Fission habe ich da eigentlich auch gleich gelassen. Nicht so extrem reagiert eigentlich, aber irgendwie. Ja, korte reagiert er. Die kleinste Lenkbewegung. Ich bin hier halt immer wieder. Dann hakt er. Irgendwas stimmt heute ja nie mit der Lenkung. Ich glaube, wäre ich da mal lieber auf Tastatur, da bin ich. Aber ohne so ganz zufrieden. Irgendwie hat er wohl beim Spielstart, beim Laden der Ding, irgendwas verhaspelt sich. Das wäre doch gelacht, wenn ich... Das wäre doch gelacht, wenn ich... ... So, wenn wir uns das jetzt weg haben, werden wir den gleichen erstmal in den Schlafstall platzieren. Ach so, dann muss ich da auch noch ein anderes Fass. Oh, das Leniöschen will ich nie nehmen. Nur jetzt viel Spürung, ich muss ein Mobiltreten machen, aber nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 So Tiere, und zwar die Schafe Dieser da Der Große mit 250 Tieren Das würde ich doch schon hier so hinsetzen wollen Ich habe schon hier noch die Schafe Die Schafe Die Schafe Die Schafe Die Schafe Die Schafe nicht das gute Asphaltgras. So. Dann haben wir noch die Fläsche hier vorne mit Kuhnzeug. Und dann haben wir noch eine Sprache. Oh, ich weiß noch was wir denn bekommen. Da kommt er rausgeschossen. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, undidigged. Oh, undidigged. Oh, undidigged. Oh, undidigged. Das fassen wir mal das Hauschen hier. Aber alles nach und nach. Oh, undidigged. Oh, undidigged. Oh, undidigged. Oh, undidigged. Oh, undidigged. Oh, undidigged. Oh, äh, fast so runde Arme fasst. Oh, äh, fast so gut. Eine schöne Macht der Mai. Oh, äh, fast so gut. 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 Oh, äh, fast so gut, okay, wenn man das ganz gut flirten, wenn man da muss dispersiert, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier müssen wir doch rein Und danach haben wir wieder was zu tun und Sachen verdichten. Aber diese Folge nie mehr. Und wie es aussieht, nächstes nicht gleich. Ich habe noch das eine oder andere zu sammeln. Mit der sind es doch vier Bahnen. Und wie es aussieht, nächstes nicht gleich. Oh. 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 Die Bahn auch geschafft. Bleiben noch zwei Bahn übrig. Fragen, was für Frontkippen oder Reihen? Fragen über Fragen oder 20 % haben wir bloß noch. So, 18% noch, mit Glück schaffen wir's. Die ist ja nicht mal zu lang die Bahn. Na ja, wird wohl ja nichts werden. So, am folgenden Ende ist ja auch angekommen. Ich verabschiede mich erstmal von euch. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jaso.